Das war's für heute mit Nickelodeon. Morgen um 6 Uhr geht's weiter. Ich bin Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich hab nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, ein Baby Glück. Und gerade fest, das ist gelandet. Ich bin Ladybug, das ist verrückt. Wir wollen uns die Kraft des Guten bringen. Ladybug!